Hey, psch, kommt mal her, ich habe ein kleines Geheimnis für alle Dividendenjäger unter euch. Das sind auch nur ganz wenige Investoren, aber ihr dürft es nicht im Finanzamt weitersagen. Okay, okay, also es gibt einige deutsche Unternehmen, die steuerfreie Dividenden auszahlen. Es fallen also keine nervigen 25% Kapitalertragssteuer und auch kein Soli an. Ihr könnt euch also die gesamten Dividenden direkt in die Hose stecken. Hey Leute, Luis hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und jetzt gibt es sie wirklich, die steuerfreien Dividenden. Doch leider hat das Ganze auch einen Haken. Rund 70 Milliarden Euro haben die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und SDAX im Jahr 2022 für das Geschäftsjahr 2021 an die Aktionäre ausgeschüttet. Also eine ganze Menge und zwar 12,9 Milliarden Euro mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019. Das bedeutet neue Bestmarken und das nach zwei Jahren Pandemie. Und während sich die Dividendeninvestoren in 2022 über einen neuen Höchstwert an ausgeschütteten Dividenden freuen können, gibt es dazu noch eine weitere erfreuliche Nachricht. Denn manchmal landet die Dividende ganz ohne Steuerabzüge direkt auf dem Verrechnungskonto. Doch wie funktioniert das? Und keine Sorge, wir erzählen jetzt hier nichts Illegales. Es ist eigentlich ganz einfach. Also ihr müsst eine Briefkastenfirma auf Panama eröffnen und dann... Nein Spaß. Also einige deutsche Firmen wie beispielsweise die Deutsche Telekom oder auch der Immobilienkonzern Bonovia zahlen zum Teil schon seit Jahren steuerfreie Dividenden an die Aktionäre aus. Aber das geht auch nur, weil diese Unternehmen ihre Dividenden aus dem sogenannten steuerlichen Einlagenkonto zahlen, das dem Eigenkapital zugerechnet wird und nicht, wie es normalerweise der Fall ist, aus den Erwirtschafteten gewinnen. So und hier ist auch der Knackpunkt. Da das Finanzamt immer zuschlägt, wenn irgendwo irgendwer Gewinne erzielt, können sie hier vorerst nichts abgreifen, da die Dividenden eben nicht aus den Unternehmensgewinnen, sondern aus dem steuerlichen Einlagenkonto gezahlt werden und somit auch nicht als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu versteuern sind. Das Ganze ist in § 20 Einkommensteuergesetz geregelt. Doch der Fiskus lässt sich noch eine Hintertür offen, um doch noch an seinen Teil des Kuchens heranzukommen. Und zwar wird zeitgleich mit der Dividendenauszahlung der ausgewiesene Einstandskurs für die Aktie, also der Preis bzw. der Kurs, für den ihr die Aktie gekauft habt, um genau den gleichen Betrag wie die Dividende gekürzt. Außer ihr habt die entsprechende Aktie schon vor 2009 gekauft, also vor Einführung der Abgeltungssteuer. Dann sind die Dividenden wirklich komplett steuerfrei. Hier mal ein kleines Beispiel. Also mal angenommen, wir haben im Frühjahr Anfang März eine Telekom-Aktie zum Preis von 15,57 Euro gekauft. So, die liegt jetzt in unserem Depot. Am 7. April war dann die Hauptversammlung, die den Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat abgesegnet hat. Und zwar in Höhe von 64 Cent pro Aktie. Die Ausschüttung erfolgt dann in der Regel drei Tage später. Da die Dividenden von der Telekom eben nicht aus erzielten Gewinnen, sondern aus dem Eigenkapital bezahlt wurden, sind diese zunächst steuerfrei, weil keine Kapitalertragsteuer anfällt. So, jetzt kommt aber der Haken. Der Kaufpreis, zu dem wir die Aktie gekauft haben, also die 15,57 Euro, verringert sich um denselben Betrag wie die Dividendenzahlung. Also liegt unser Einkaufspreis nur noch bei 14,93 Euro. Jetzt angenommen, wir verkaufen die Telekom-Aktie mit Gewinn gut zwei Monate später wieder, bei einem Kurs von 16,93 Euro, dann haben wir ursprünglich nur knapp über 1 Euro Gewinn gemacht, da wir die Aktie zu einem Kurs von 15,57 Euro eingetütet haben. Da aber unser Einkaufspreis, auch Anschaffungspreis genannt, nach der steuerfreien Dividende rechnerisch aber auf 14,93 Euro gefallen ist, haben wir auf dem Papier und somit auch für den Fiskus 2 Euro Gewinn gemacht, für die wir jetzt fällig sind und unsere 25% Kapitalertragsteuer plus Solidaritätszuschlag plus gegebenenfalls Kirchensteuer an den Fiskus abdrücken müssen. Vorausgesetzt natürlich unser Steuerfreibetrag bzw. Pausch-Sparbetrag ist noch nicht ausgenutzt. Wer noch nicht genau weiß, was der Steuerfreibetrag ist, kann gerne mal unten in die Infobox schauen, dort werde ich euch einen ausführlichen Artikel dazu verlinken. So und jetzt für alle Füchse unter euch, die sich denken, hey warte mal, aber was ist, wenn ich mir die steuerfreien Dividenden abgreife und die Aktie dann einfach mit Verlust verkaufe? Ja, das macht gar nicht so viel Sinn, denn der Verlust gleicht sich ja dann mindestens um den Betrag der steuerfreien Dividende, die ihr kassiert habt, wieder aus. Und es gibt noch eine Krux, man könnte jetzt auch denken, okay, dann halte ich die Aktie halt bis an mein Lebensende und kassiere mein Leben lang jedes Jahr steuerfreie Dividenden. Ja, also erstens weiß man ja nicht genau, ob das Unternehmen seine Ausschüttungspolitik über diese Jahre nicht ändert und zweitens, ihr könnt nur so viele Dividenden ohne Abgeltungssteuer kassieren, solange dieser Betrag euren Anschaffungspreis nicht übersteigt. Also die große Frage jetzt aber lautet, haben die steuerfreien Dividenden einen Vorteil gegenüber den normalen Dividenden? Und die Frage lässt sich mit einem ganz klaren Jein beantworten. Und zwar muss hier individuell geschaut werden. Also klar ist, wer die Aktie bereits vor der Finanzkrise 2009 gekauft hat, für den sind die Kursgewinne steuerfrei. Denn damals gab es keine Kapitalertragsteuer. Das waren schöne Zeiten. Äh, und für die Anleger, die vor 2009 gekauft haben, ist es natürlich super. Zwar wird hier auch der Einstandskurs gemindert, aber da sowieso keine Steuern auf die Kursgewinne gezahlt werden müssen, spielt das keine Rolle. Das heißt, die Glücklichen bekommen ihre Kurs- und Dividendengewinne tatsächlich einmal um den Fiskus herum komplett steuerfrei direkt aus Verrechnungskonto gebucht. Haben wir einen dieser Glücklichen hier als Zuschauer? Wenn ja, melde dich doch gerne mal unten in den Kommentaren. Für alle anderen Investoren, die langfristig investieren, kann es aber auch ein Vorteil sein. Denn wenn die Abgeltungssteuer nicht immer direkt fällig wird, wenn die Dividenden ausgezahlt werden, sondern eben erst beim Verkauf der Aktie durch die Reduktion des Einkaufspreises, muss man die Steuern erst später zahlen und erhält somit einen kleinen Steuerstundungseffekt. Da heißt es aber auch immer gut nachrechnen. Das kann nämlich auch zum Nachteil werden. Und zwar bei kleineren Anlegern, die ihren Steuerfreibetrag noch nicht vollkommen ausschöpfen. Denn man bekommt ja jährlich einen Steuerfreibetrag von 801 Euro. Außer man ist verheiratet, dann ist der Freibetrag doppelt so hoch. Und wenn dieser Freibetrag noch vorhanden ist, wäre auch eine normale Dividende komplett steuerfrei. Aber wenn der Kleinanleger jetzt durch den Sondereffekt steuerfreie Dividenden kassiert, wird trotzdem jährlich der Einkaufspreis der Aktie gemindert. Dann kann es passieren, dass wenn der Anleger die Aktie nach 5, 10 oder 15 Jahren verkauft und sich seine Kursgewinne so gut entwickelt haben, dass sein Steuerfreibetrag komplett ausgeschöpft ist. Und dann bei der Aktie mit der steuerfreien Dividende die gesamte Kapitalertragsteuer auf den Kursgewinn zum geminderten Anschaffungspreis anfällt. Und das, obwohl dem Anleger die steuerfreie Dividende an sich nichts gebracht hat, weil er durch den Freibetrag sowieso keine Steuern gezahlt hätte. So, ich hoffe das war verständlich genug. Lasst es mich doch gerne unten in den Kommentaren wissen, ob ihr es verstanden habt. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch kurz eine Auflistung mit den Unternehmen, die steuerfreie Dividenden zahlen, sehen wollt, müsst ihr bitte innerhalb der nächsten 5 Sekunden liken und auch gerne abonnieren, wenn ihr keine weiteren Steuerhinterziehung Finanzvideos sehen möchtet. Ach und als nächstes habe ich noch ein weiteres Geheimnis für euch. Und zwar warum es nicht nur auf die Dividendenrendite ankommt. Schaut doch gerne mal rein. Also vielen Dank und bis gleich im nächsten Video. Mal bei. Auf Wiedersehen. Musik.